So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe mir mal einen seltenen Gaspi dabei geholt, Kevin. Servus, Freunde. Weil ich habe nämlich keine Ahnung, was da passiert. Wir sehen auf der einen Seite den guten Robin aka Gamery mit Monorot Aggro gegen meine Wenigkeit mit Boros Cycling. Da ist ein Loros. Das ist auch einer der wenigen Gründe, warum ich dieses Deck überhaupt spielen mag, weil da kann ich ein Loros drin spielen. Das ist tatsächlich auch die einzigste teure Karte in dem ganzen Deck, deswegen ist das die einzige Rare. Ja, das Standard Deck besitze ich auch. Auf der anderen Seite Monorot Aggro ist, man sieht auch schon mit Sendika Karten tatsächlich drin, also ist auf jeden Fall die Neujahrs-Rotation auch schon drin. Mountain Go auf beiden Seiten, leider nur auf einer. Das ist ein 0,2er mit Landfall oder 0,1er. Der sagt, der kriegt plus 2, plus 0 oder so, glaube ich, für Landfall. Das ist schon nicht schlecht. Ja, die Landfall-Sachen sind ganz gut. Bei Boros Cycling sieht man, End of Turns, Cycle, Draw, Land, Go. Ja, das ist halt so die ersten 4-5 Runden, wenn man keinen Fuchs hat, passiert eben genau das und das war's. Genau, der Fuchs ist gut. Ich weiß nicht, den Roten, der immer einen Schaden pingt, ob der so sinnig ist. Ah ja, der macht plus 2, plus 0. Ah, okay, ja. Instant für ein rotes. Ja, auch nicht schlecht. Gebt man hier 4 Damage, das ist schon. Da war aber, müsste ja noch der Landfall-Trigger bei gewesen sein, oder? Ja, ist ja der Landfall-Trigger dabei. Und du bist 2, plus 0. Genau. Du bist auch 16. Ah, er hat 0,2 und kriegt 8. Ja, ja, 0,2 und wenn er 2,0 wäre, wäre er nur... Für 1. Für 1 eine X-Nuller-Kreatur. Ja. Nice. Ich glaube, die gibt's sogar. Ich glaube, die gibt's sogar. Da haben wir den guten, aber wahrscheinlich dann gewartet eine Runde, damit man wenigstens nur ein Cycle mitnehmen kann, um Schaden zu pingen. Ja, hier kommt auch ein Schock. Wunderschöne Schocks, by the way. Aufmarsch-Odyssey, ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, Aufmarsch. Ein Alter. Ja, sehr schön. Ja, dann wird hier einmal gecycled, 1 Damage und go. Das Poros Cycle, ich glaube, dass das tatsächlich mit dem Flair, wer es gar nicht kennt, das ist ein Instant für ein rotes, ein weißes und 2. Du schießt Schaden auf eine Kreatur, also ein Ziel, Spieler, Kreatur, Planeswalker, whatever, in Höhe der gecycelten Karten in deinem Friedhof und du kriegst das Leben. Ähm, wenn man damit den ersten durchkriegt, man käuft sich so viel Zeit gegen Burn. Ja, ich denke auch so, Flair, Flair ist halt ... Ja. Das ist der Annex. Der hat aktuell 3, 3, 3. Ja. Und immer wenn ... Gute Karte. Ja. Der kriegt für Devotion rot, kriegt er vorne und wenn eine Kreatur stirbt, kriegt man 1 1er Satür, der nicht blocken kann und wenn eine Kreatur mit 4 oder höher stirbt, kriegt man 2 Satür. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht für eine Ankam. Es ist auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, der ist gut. Der hat halt, als er dann kam ins Mono Red mit Akku im Standard. Uh, Stomp. Ja, man nimmt noch einen Human mit. Ja. Das Schöne ist, die Cycle-Karten, sie landen halt auch im Friedhof und man kann jetzt nicht die Wall aufbauen mit Humans. Wo ein Burn-Spieler Probleme hat, wenn kein Embercleaver kommt. Das ist ... Ah, das ist das ... Das ist Flipland. Flipland. Das kannst du für 1 pinkst den Schaden für ein rotes. Ah ja, stimmt. Oh, wie gut ist das? Stimmt, das kann man auch da drin spielen. Ja, hier wird der dann geblockt. Man kriegt 2 Damage. Genau. Da hinten ist noch ein Schloss, richtig? Das ist das Schloss, das rote, genau. Das macht 1 Kreatur plus 1 plus 0. Es fällt mit dem Annex auch gut. Der Annex war halt, als der dann kam, gerade gegen Boardwipes. Der hat dann noch mal die Kurve gekriegt. Mhm. Das ist halt auch ziemlich gut. Vor allem mit dem Castle, wenn du dann irgendwie gefladdet bist, kriegst du das Board geräumt, hast 5 Saathünder liegen, machst du das Castle und die kommen halt alle mit 2 vor, ne? Ja. Ah, den Healer aufs Board. Der ist ziemlich gut. Ich muss gerade auch mal feststellen, dass ich diese Matte von Robin unglaublich hübsch finde. Das fällt mir jetzt erst auf. Als ich ihn gespielt habe, würde ich das gar nicht mitbekommen. Ich weiß gar nicht, wo das gerade spielt, die Matte. Was ist das? Das ist Urzas Mine, Urzas Powerplant, Urzas Turm. Und ganz rechts ist dieser komische Karte. Dieser komische Karte, ja. Die Karte, die ist sogar richtig was wert, die Matte tatsächlich. Okay. Weil in Deutschland gibt es die fast gar nicht mehr. Ich muss jetzt gerade bei dem Boris Seige spielen. Er hat den Healer aufs Board gelegt. Ja. Und hat dann alles 3 Mana, also sich ausgetappt, um den Logos auf die Hand zu holen. Wahrscheinlich keine Sackelkarten auf der Hand. Ja, ich glaube auch. Weil den Healer will man eigentlich nutzen, um noch Leben zu generieren. Genau. Also ich denke, wenn da Seige, ich sehe einen Land, ich sehe den Lurus und ich sehe einen Flair. Also da muss auf jeden Fall. Wenn der Flair da wäre, würde ich jetzt tatsächlich den Annex Jump locken mit dem Healer mit und würde dann den Flair fähig gehen. Ja, ich glaube, man will das hier nicht so einfach so zeigen, so hey, ich habe den. Das ist der Coward-Typ. Ja, ja. Wow. Ich glaube 3-1 Warrior. Ja, und er macht Dinge zu kurz. Cowards und Cowards kann Block. Ja, und Cowards können keine Warriors blocken. Ja. Aber man kann den Effekt, jeden Effekt von dem nur einmal benutzen. Ja, man kann den, egal was für, also man kann das nur einmal machen und dann kann man sich einen von denen aussuchen. Okay, da ist auf jeden Fall ein Cycler gewesen. Den habe ich gesehen. Die Frage, ob man nicht hier trotzdem den Lurus legt. Der kommt auch. Den Lurus legt, sich dann den 3-1er holt und dann noch einen Jungen mitzunehmen. Genau, und dann hat man den Cycle auf der Hand. Sagt man trotzdem einfach Go, oder? Ja, ja. Das Interessante bei Lurus ist ja auch, der hat ja immer noch Lifeling, was man echt nicht vergessen darf bei der Matchup. Die 2 hinten ist halt nicht so geil, weil Shock und Stomp of Bone Crusher töten einen Lurus. Das ist halt gerade im Standard, das ist halt die 2 hinten ist halt schwierig. So wie im Legacy oder Modern, wo man sagt, 3 hinten ist schwierig. Im Standard aktuell 2. 2 hinten. Ich meine hier, Mana ist halt noch offen für eine Embercleave, die ist halt immer noch gefährlich. Da kommt das drauf, Embercleave ist immer gefährlich. Diese Karte ist einfach so, so drüber. Ja, aber ich denke auch, dass die auch bei einem Monorot Akku gespielt wird. Ja, die muss. Und der Annex hat halt jetzt gerade vorne 1, 2, 3, 4, 5 mit Embercleave 6, 7, weil du hast ja das Devotion und auf dem Embercleave 2 Rote. Ja, stimmt. Stimmt. Hier muss man echt gucken, was man macht. Ich glaube, hier kommt für, okay, zweimal, aber ich glaube, hier wird überlegt, ob man die Effekte von, genau, von dem komischen Dude einfach mal macht. Okay, und dann macht man? Ich glaube, man macht einen davon zum Coward und ich glaube, hier wurde versucht, zweimal den Effekt zu machen. Das geht nicht. Genau, bis dann gesagt wurde, okay, man kann hier eine Effekte von einem machen. Nee, 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 nee. Genau das. Und deshalb weiß ich nicht, ob da jetzt noch irgendwie Plus gegeben werden kann bei dem. Ich glaube, ja. Ja, ich glaube, er kann sich oder so. Genau. Und dann schwingen mit dem Team. Was cool ist halt, dass man sagt, Cowards können keine Warriors blocken. Man kann halt auch so ein Warrior-Ding im Standard aktuell bauen, weil es sind halt wieder viele Warriors durch dieses Sandica-Party-System gekommen. Und wenn die Gegner dann nur so eine große oder zwei große Kreaturen haben, kannst du schon mal sagen, du darfst gar nichts mehr blocken. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Das finde ich interessant. Da geht meiner Meinung nach die wichtigste Karte im Cycle-Deck, um ihn zu töten. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie groß der hinten ist. Das sind drei Dreier, warum der Healer nicht reingehalten wird. Der Healer darf nicht blocken, weil Cowards kann Block Warriors. Okidoki. Und ich glaube, hier wird der Healer ganz hart favorisiert. Weil er Leben gibt? Ja. Weil der andere gibt Blocker, die beim Ember-Cleaver wieder egal sind, aber das Leben ist halt auch egal, weil Ember-Cleaver sagt nein. Ja. So. Jetzt bin ich halt mal gespannt, wie man da noch einen Healer... Fuck, noch einen Healer? Aber ich glaube, man hat zwei Flares. Ich glaube, ich habe zwei Flares auf der Hand gesehen. Also einen auf alle Fälle. Das wäre natürlich, je nachdem, wie man jetzt die Flares stackt, kann man halt End-of-Turn-Flare-Into-My-Turn-Flare... Das ist geil. Das Flair gibt halt auch Leben. Das kommt drauf an. Ich weiß nicht, wie viele Cycle-Karten im Friedhof sind. Ich auch nicht. Ich habe Track verloren. Viermal... Ja. Jetzt wird es tricky. Jetzt muss der Flair hin, damit man den Spaß überlebt. Man könnte jetzt zum Beispiel den Angriff, beide Healer, Jump-Blocken den Annex, oder man blockt den Dwarf. Man Jump-Blockt... Okay. Du überlebt der Annex. Ja. Oh, Cycle. Cycle. Cycle heißt... Das war nur ein Flair da. ...2 Leben. Das ist nur ein Flair. Ja. Man zieht keine Cycle-Karte, weil die hätte man noch gecycelt. Oh ja, auf jeden Fall. Es war ein Mountain, wenn ich es richtig gesehen habe. Da ist es natürlich bitter. Gerade hier mit dem Torbrand, der einfach in mir so viel Damage... Der tut weh und man will das Flair nicht auf ihn schießen. Nee, auf keinen Fall. Und wir eigentlich face-gain. Da war... Ein Fuchs, glaube ich. Der kostet... Ah, wird gecyclet. Ja, warum auch nicht? Da wurde wieder ein Land gezogen... Nee, ein Cycler gezogen. So... Und noch ein Cycler? Nee, es war ein Land. Schön zu sehen an dem weißen Rand. Oh ja, wunderschön. Stimmt. Stand jetzt mit ganz hohem Niveau. Ja, hier. Ganz hohes Niveau. Dass du Höhlen spielst. Die Höhlen sind tatsächlich A gewonnen. Bei einem Gewinnspiel. Und B sind sie, glaube ich, teurer als das Deck. Wahrscheinlich, ja. Der Loos. Kostet nichts mehr. Nee. Wie gesagt, ich denke, dass die Höhlen teurer sind. Ich habe keine Höhen in meinem Steak-Pied-Deck. Nee, du hast keine Höhen drum. Nee. Und das ist komplett russisch und japanisch. Russisch und japanisch. Ja, stimmt. Bei dem wunderschönen Booster-Opening. Das war nice. Ja, aber hier geht man, glaube ich, all in. Aktiviert dann das Castle. Das sind drei, sechs, tot. Und dann muss man das Flair zünden, bevor der Heeler im Friedhof ist. Was schade ist. Face. Oh, jetzt wird gerecht. Ja. Jetzt sehen wir zumindest, wie viele. Nee, sehen wir nicht. Nee, sehen wir nicht. Aber es wird wahrscheinlich eine Zahl sein. Zweistellige sein. Ja, auf jeden Fall zweistellig. Wird auf einmal eine Zahl sein, die zum Überleben wichtig ist. Die reicht auch. Die reicht definitiv. Aber nicht zum Töten, glaube ich. Nee, zum Töten nicht. Da sind wir auf jeden Fall noch ein Stomp gewesen, was ich gesehen habe auf der Hand. Ja, da wird das Castle aktiviert. Dann sind es vier, acht, fünfzehn Schaden. Du gehst auf 21, geht auf sechs. Oh, da waren es zwölf, nee, 13. 13 Karten, genau. Und dann kriegt man vier, acht, zwölf, dreizehn, 13 Damage. Habe ich richtig gerechnet? Nee, das sind vier, acht, zehn. 14 Damage. Ja. Okay, wenn jetzt so Flair-Top-Deck? Flair-Top, ja. Ja, oder noch Cycle. Ja, komm. War Flair von der Top. Will der Boris-Spieler jetzt mal ganz, ganz lässig ausspielen hier. Ja, man muss ja auch auf YouTube, wenn man weiß, man spielt an Kamera, muss man ja was bieten können. Ja, klar. Das war ein Land. Ja, oder man stirbt einfach. Gut. Game 1, damit vorbei. Ganz untypisch für Standard aktuell. Wir machen ja Best of 3. Das kennen ja die meisten Arena-Spieler gar nicht. Die spielen ja fast alle Best of 1. Mit einem guten Sideboard. Ach so, wo man einen Sideboard brucht. Ja, ja. Kein Arena-Deck von mir besitzt ein Sideboard. Doch, von mir eins. Boros Cycling. Ja. Nee. Nein, bei mir nicht. Ich habe mal, ich habe am Anfang mir noch Sideboards gemacht und habe mir dann gedacht, so. Spielt eh keine Best of 3. Macht eh keinen Mensch, genau. Ja. Was halt das Problem bei Arena ist, du connectest, du fängst gerade an, du denkst, okay, jetzt läuft das Deck und dir geht eine Conceited schon. Naja, das ist zeitsparend. Es geht ja so schnell, das ist so, diese ganzen Quickie-Games, das nimmt halt auch ein bisschen Spaß. Deswegen, äh, wann endlich wieder an den Tisch. Ja. Wann endlich wieder an die Theke. Ja, hier war auf jeden Fall schon, das weiß ich noch, auf jeden Fall auch schon mit Maske und allem drum und dran. Nicht mehr mit Zunge küssen und so. Das ja sowieso nicht. So, ansonsten. Ja, die Standardspieler nicht. So ein Legacy-Ding. Ich glaube ansonsten vom Sideboarding her, ich weiß nicht, was Mono Rot reinnehmen kann, ob es aktuell irgendwas gibt, was, äh, was Heel aufhält. Wüsste ich nicht. Also, wie gesagt, also tatsächlich muss ich da, äh, passen und sagen, ich spiele zwar jetzt dank Corona viel Arena, ähm, aber... Schock. Oh, bitter. Leider weiß ich nicht, was im Sideboard passiert, weil ich keine Sideboards spiele. Ich weiß auch gar nicht, ob hier überhaupt was gesideboardet wurde. Ich finde auch, dass im Standard die Sideboard-Sachen gar nicht so intensiv sind wie in anderen Formaten. Also tatsächlich, das von Boros-Scycling ist relativ, äh, wichtig in diesem Match-Up, weil eben auch viele Karten drin sind, die dir viel Leben geben oder ähnliches. Ja, ja, klar. Oder Hex-Proof, ne? Das ist halt auch schon so. Na, Rob of the Rich, da kriege ich Vietnam-Flashbacks. Das hat mir, äh, Grand Prix Bologna Day 2 versaut, diese Karte. Ja. Weil sie einfach... Aber witzig ist halt eine schöne Geschichte. Ja, ist eine schöne Geschichte. Win it in und mein Gegner greift damit an und ich habe wenige Handkarten und er dreht einfach, ich habe Dassen-Tex gespielt und er dreht einfach, ne, eine Jitte um und dann musste ich gegen eine Jitte spielen und jeder, der Dassen-Tex schon mal gespielt hat, weiß, Dassen-Tex spielt nicht gut gegen Jitte. Vor allem nicht Game 2, wo man dann, äh, versucht, äh, keinen Removal dafür reinzunehmen, weil man spielt ja gegen Blau-Rot, die werden schon keine Artefakte haben. Flashbacks. Ja. Uh. Mit Hit im Deck ist das schon schöner, man kann einfach cyclen, aber cyclen im eigenen Turn ist schon ein bisschen selten. Wenn du keinen Dude hast, sondern er sucht die Dudes. Ja, auf jeden Fall will man hier einen Dude haben. Er findet keinen. Die meisten Dudes kosten zwei bis auf der Fuchs. Ja. Gibt halt, Fuchs ist der Beste, dann kommt der Dude, der die Soldaten macht, dann kommt der Dude, dein Schaden pinkt, meine Meinung, dann kommt der Healer. Der Healer ist eigentlich... Es kommt halt aufs Match-Up, aber hin im Match-Up finde ich den Healer halt unglaublich strong. Das ist richtig. Und auch im Mirror tatsächlich ist der Healer unglaublich, unglaublich dämlich gut. Ja. Ja. Das wurde gesagt. Boah, alle noch alles. Instant. Man kriegt vier Leben. Ja. Für eins. Und man kriegt halt auch die Handkarte los. Genau. Dadurch triggert der Rubber of the Ridge nicht. So, ansonsten Dude, Dude-Maker ist immer gut, da wird dann auch der Healer gecycelt. Und da kommt der Stomp. 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 So. Zwei Flares. Zwei Flares. Zwei Flares. Und schon gut was im Friedhof, das sind sieben Karten bestimmt. Ja, sieben 8 Karten. Ich vermute, man möchte hier noch möglichst viele rausnehmen. Die nimmt man mit. Da kommt noch kein Ember-Kleber. Ne, aber da kommt auf jeden Fall eine Karte. Die kann nicht gecastet werden. Dadurch kann man sie nicht benutzen. Aber. Doch. Oh, da kommt ein Ember-Kleber. Uff. Sechs kostet der, ne? Ja. Die Karte ist auch so gut. Die ist einfach so dämlich. Die ist wirklich, die ist richtig, richtig dämlich. Dass die so Sachen wie Lucky Clover-Bannen im Standard und Ember-Kleber drin lassen. Da denke ich immer noch so. Leute. How could this happen to me? Okay. Hier geht es wirklich nur noch um Cycling. Und. Ja. Den als Blocker. Der blockt. Da blockst du nicht viel. Das Ding hat Trample. Und Double Strike. Ja, aber durch den Erstschlag kann man halt lustige Dinge tun. Man kann nach dem Erstschlag überleben und kann dann Flair zünden. Ja, das stimmt. Das ist das Ding, was einen damit schießt. Ja, genau. Aber finde ich interessant, dass sogar das in dem Burn-Deck gespielt wird. Finde ich nicht stark genug. Ja, es ist halt ein Land tatsächlich mit dem Landfall-Version. Und es ist einfach diese, man opfert ein Damage dafür, dass man theoretisch auch ein Land droppen kann. Was teilweise echt okay ist. Weil Optionen kosten nun mal irgendwas, dass man Optionen hat. Und wenn ich eine Karte hätte, die genau andersrum wäre, wo es ein Land wäre. Und was sagen würde, ich kann das auch als Pinger spielen. Wenn man es so rum betrachtet, würde ich das Land auf jeden Fall in einem monoroten Deck spielen. Ja, ja, ja. Doch, schon richtig. Hat nichts gesagt. Ja. Dann kommt der Klima. Ja, der Bieter. Und das war halt schon gut. Da geht der kleine Ritter. Da kommt der böse Gigant. Der Bonecrush-Chant. Das ist auch eine gute Karte. Bonecrush-Chant? Nee. Was hast du denn gezogen? Ich habe es wieder nicht gesehen. Das ist eine Kreatur. Rot-Weiß. Und wenn man was cycelt, kann man es bei meiner bezahlen. Und zwei Schaden schießen, zwei Leben kriegen. Hm. Ja. Auch eine richtig gute Karte. Bisschen langsam, oder? Ja gut, aber man hat ja genug, was man noch rausnehmen kann in den Matchup. Finde ich, das war schon okay. Ladfall. Ja. Jetzt wird es knifflig, glaube ich, so langsam. Oh ja. Wieder umgegrippt. Das ist der 6 mit Doppelschlag-Trampe. Richtig? Das ist richtig. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall gut. Aber es schickt, weil du gehst, du blockst mit dem Healer. Du hast zwei Flares auf der Hand. Du blockst mit dem Healer, den Bonecrush der Healer stirbt. Du schießt ihm das Flares ins Gesicht. Gehst du, schießt ihm das Flares ins Gesicht. Genau, das ist der Plan aktuell. Also zwei Flares sind halt richtig, richtig strong. Und ich glaube, hier wird auch nochmal drüber diskutiert, was man hier machen könnte, was passieren könnte. Aber ein Monorot-Spieler muss halt, glaube ich, einfach drehen. Immer. Ja, dann, genau. Erstmal der Trigger da vorne. Den könnte man sogar spielen. Aber Cyckeln darf man nicht, ne? Also es geht wirklich, ich weiß jetzt gar nicht, wie du bist. Nee, man kann nur casten. Casten. Genau, und dann nimmt man ihn davor, nimmt den Erstschlag mit. Also halt jetzt die Unerfahrenheit mit diesem Embercleave, wie jetzt genau ist. Jetzt wird erklärt, nach dem Erstschlag kriege ich drei Damage. Dann kommt das Zenith. Wahrscheinlich jetzt genau für zehn. Come on. Ja. Nice. Schön. So, und dann kommt der restliche Schaden. Und dann geht's in deinen Zug. Und dann. Ja. Hahaha. Schön. Doch, das sieht man. Das sehen wahrscheinlich auch viele Leute erst mal gar nicht so genau mit dem Erstschlag und so weiter. Ja, ja, genau. Das ist halt schön. Hätten das zu früh gecastet. Ja, doch. Witzig. Das war cool. Das war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Schön, schön. Ja. Hier auch Corona-konform, dass man selber abhebt. Ja. Warum noch nicht? Da fehlt der Mountain. Mountain? Bei Boris auf der Starthand. Ja, aber wird mir ja früher oder später ziehen. Mittlerweile sind ja diese Doppel-Side-Lands, ist da weiß-rot draus? Nee, weiß-rot glaube ich nicht. Weiß-rot, rot, blau, grün, rot. Nee, das sind doch genau die anderen. Das sind doch blau-schwarz ist auf jeden Fall draus. Nee. Blau-schwarz habe ich auf jeden Fall gezogen. Also ich weiß, safe das grün-rot und blau-rot. Das weiß ich safe. Okay, blau-rot wusste ich jetzt nicht. Aber okay, interessant. Ich kann natürlich auch sagen, dass alle zehn drin sind. Aber das weiß ich jetzt gerade nicht. Dafür bin ich halt auch einfach zu wenig bei den Karten. Freund und Feindfarben, also nur Freundfarben oder nur Feindfarben. Ich glaube, wenn es ist, ist es gemischt. Es muss gemischt sein, wenn blau-rot dabei ist. Ja, weil da war ich jetzt gerade überlegen, ob man hier die weiß-rot spielen kann. Aber ich glaube, hier möchte man eher die rot-schwarzen, wenn es die gibt, spielen oder die rot-blauen, damit man diese Cycling-Karten halt auch spielen kann. Ja, die eine Cycling-Karte ist halt noch ganz cool, die blaue, weil du kannst eine Kreatur bis zum Ende des Zuges zu einem 4-4er machen. Und wenn du halt deinen 3-1er-Dooter liegen hast und dann schießt es so einen Schock da drauf und du machst es bis zum Ende des Zuges zu einem 4-4er und denkst dir so, ätsch, ist schon ganz witzig. Ich habe mir die Karten noch nie durchgelesen. Ich meine, mein Russisch ist ganz gut. Deswegen kann ich die auch dann lesen, wenn ich die auf der Hand habe. Ja, wenn man dann so abends auf dem Fernseher sitzt und sein chinesisch-russisches, japanisches Bar-Cycling-Standard-Deck durchguckt. Klar, wer macht es nicht von euch? Das finde ich ganz interessant. Der Mountain, siehst du die Gabe? Bei dem Mountain. Es sind auf jeden Fall eine Menge verschiedene Mountains drin und der eine davon hat eine Pommes-Gabel. Eine Pommes-Gabel? Ja. Also die aus dem F&M-Pack. Ja, 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 ja. Aber warum sind da auch Mountains drin? Ja, ja. Früher waren da auch Basics drin, tatsächlich. Ja, damals. Oh, da wird wieder so ein Land gedreht. Ja, kommt dann auch rein. Da gibt es auch keine Checkkarten für, ne? Doch, es gibt Checkkarten dafür. Die sind diesmal so richtig schön designt, weil es gibt neun Checkkarten, die, wenn du sie in die richtige Reihenfolge legst, ein komplettes Panorama-Arfwork hinten dran ergeben. Okay. Was unglaublich schön ist. Das Problem ist, die sind unglaublich dämlich gemacht, weil sie haben oben einfach die beiden Namen und dann unten eine leere Box, wo niemand weiß, was sie damit tun sollen. Also sie sind einfach nicht gut gemacht. Wird irgendwann noch geleakt. So, jetzt Land, dann den 3-1er und Blocker sind im Haus. Schock. Blocker sind in der Hut. Immer. Immer Schock. Immer Schock. Cycle. Zack. Hm. Ist natürlich jetzt die Frage, wie man das hier jetzt noch macht. Weil das sieht schon sehr, sehr, sehr böse aus, gerade wenn man nur Ebenen hat. Und da ist nur noch zwei Ebenen auf der Hand. Boah, das ist halt schon... Ich spiele halt ohne die Schockländer. Ja, ja. Aber ich glaube, die sind auch nicht mehr egal. Die Schockländer sind raus. Deshalb ist das keine Ausrede, aber... Ja, Fettschländer wären voll cool im Standard. Duels sind auch ganz cool. Duels im Standard. Ja, die sind auch Weißrann-Sichtigkeit. Cycle. Und noch ein Stomp. Das sind echt alle Removal der Welt. Und dann diese beiden Ritter. Ich finde die beiden Ritter ja so strong. Die sind cool, ja. Vor allem, die machen auch diesen Drei-Einsatz-Zwerg. Ist ja auch ein Neid. Ah, stimmt. Und damit kann man den auch dann noch größer machen. Ja. Schau mal, ist witzig. Und noch mehr Maul. Und Embercleaver und so weiter und so fort. Ja. Und da kommt man hier, blockt man... Er hat keinen Lamp-Trigger. Man kann doch beide reinhalten, oder? Embercleaver. 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 Skill ist da. Kriegt man viel Leben. Ja, aber man köpft sich halt noch eine Runde. Ich weiß jetzt nicht, ob der Flair auf der Hand ist. Auch nicht. 4, 8, 10. Also Flair ist auf jeden Fall einer in der Hand. 6, 7, 8. Ja. Und der ist tatsächlich 0,1, der Dude. Ich weiß auch nicht, ob er... Ja, und es war kein Land-Drop dabei. Er hat nur mit angegriffen, damit die Embercleaver triggert. Genau. Hm. Cycle. Hier wird anscheinend ganz... ...hart nach einem Mountain gefetched. Ja. Das sieht ganz hart nach einem Mountain aus. Aber man findet eine Ebene. Bitter. Richtig bitter. Ja. Man kommt auch nicht mehr hin. Man muss... Ja, man kann noch... Man kann noch zwei zum... Es geht schon. Also auf jeden Fall ein Flair noch auf der Hand damit. Und halt auch der Cycle-Dude. Der ist halt von Anfang an da mit diesem... Ich meine, wenn man Cycle, kann man zwei Schaden schießen. Das wäre halt von Anfang an richtig strong gewesen, wenn man den hätte rauslegen können. Aber man kriegt ja auch jedes Mal, wenn man Cycle dann praktisch zwei Leben. Grow of the Ridge. Wir wissen alle, was jetzt von der Top-Deck aufgedeckt wird. Im Mountain. Oh nein. Ja, Spaß. Ja, ich kann mich an das Spiel auch da schon gar nicht mehr dran erinnern. Aber das tut weh. Das tut richtig weh. Ja. Das ist aber gerade auch im Standard. Wenn man aus so Formaten wie Legacy kommt oder auch Modern. Hier nimmt man sechs Damage. Dann ist man das halt auch einfach eher gewöhnt, dass man viel schönes Mana-Fixing hat. Cycle für nichts. Fuchs. Man braucht ja hier im Endeffekt nur einen Mountain. Jetzt hat man noch einmal die Chance, einen Mountain zu haben. Ja. Das ist jetzt die letzte Chance, die man praktisch hat, zu cyclen. Ja, da hast du noch einmal kurz auf den Mountain hingewiesen. Ja, ja, das ist halt. Das ist so der Klassiker. Also, wenn ihr mich jemals triggern wollt, spielt einfach Rob of the Ridge gegen mich. Ich glaube, das ist so meine absolute Hasskarte. Und es ist eine Ebene. Ich habe gerade schon eine Ebene gesehen. Und er threw it on the ground. Ja. Da ist jetzt der Mountain. Ne, noch eine Ebene. Ne, noch nicht. Oh, wow. Ja, hier ist man, glaube ich, einfach nur noch am Cyclen vor den Lulz. Fünf Leben, go. Tut so, als könnte man was tun. Wenn der früher rausgekommen wäre, der Typ, dieser Blitzlöwe, das wäre richtig strong gewesen. Bam, 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 Schaden runter. Bam, bam, bam. Und los. Ja, zeige ich dir nochmal. Ja, schade, kein Mountain, sonst wäre das echt noch ein cooles Spiel gewesen. Hätte echt noch gut werden können. Ja. So. Das war es zu Standard. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.